Ich habe den Bau eingerichtet und er scheint vor Glum. Das Schönste an meinem Bau ist aber seine Stille. Freilich, sie ist rückerisch. Plötzlich kann sie unterbrochen werden und alles ist zu Ende. Vorläufig, aber ist sie noch da? Sie wissen aber schon, dass hier noch andere Leute wurden, oder? Hier ist vielleicht die einzige Stelle an meinem Bau, wo ich stundenlang vergebens horchen kann. Ich bin in den Laufe Lauf. Der Baum ist mein Bau. Und ich habe das ganze Zeit und dann noch nie. Es sind die ganze Zeit in den letzten Allem. So wurde ich ein paar Möglichkeiten gleich. Ich konnte mich nicht mehr an den Tag bekommen.